Huuuui! Ähm, nette Effekte. Wie gerne würde ich diesen Bouncer nehmen? Das geht gerade eben schlecht. Dominator auch leider nicht. Dann nehme ich mal die Benji. LKW, das mich enttäuscht. Wir haben nicht richtig die Latonne getötet! Die konntest du nur, Schwein! Okay, das habt ihr gerade eben nicht gesehen. Ey, Mechaniker! Steig lieber sofort aus, sonst verprügel ich dich! Obwohl, Scheiße, muss ich ein bisschen mehr zahlen als 50 Dollar. Ja doch, 50 Dollar, wenn man ein Apartment hat. Kostet der 75 für das Warten? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass es so kleinwürdig im echten Leben wäre. Weil das Aufräumen kann schon manchmal echt eine Bitch sein. Und hört mich an, Leute! Man kann auch richtig seinen Spaß machen finden. Ich weiß... Hups! Äh, nein! Lagrange! Wohl, nein! Komm her, mein Freund! Ich hab hier einen Baseballschläger, den ich austesten möchte. Bitte seien Sie, Freunde! Ich knall mich nicht damit ab! Hahahaha! Hahahaha! Scheiße! Warum spawnen da die ganze Zeit welche? Sterb! Ah, Scheiße! Gott, wie viel die hier im Torsobereich aushalten, ist ja abnormal! Selbstbedürftig eine Schutzwesse! Komm schon, ich hab ein Sturmgewehr! Das hat nicht gerade ein kleines Kaliber! Okay, jetzt mal eine neue Challenge! Und zwar, ich versuche mal auf die, äh... Ja, im unteren Bereich zu zielen! Ah, Scheiße! Rauf lieber nicht! Haha! Jetzt wurde ich sonst nur erschossen! Komm schon! Komm raus! Ähm... Also... Selbst wenn man den Halsbereich schießt, heißt das nicht, dass man es einfach so verkraften kann! Okay! Das ist ein leicht brutaler Tod, wenn man es so sieht! Jeder von hinten! Ich stehe nicht drauf! Auch wenn man es meinen tut, aber trotzdem! Oh ja, ne nette Waffe, die du da hast! Oh, das ging eigentlich ziemlich schnell! Lalalalala! 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 Huuuui! Gerade eben hat es nicht automatisch gezählt, wie ich gemerkt habe! Oh Gott, diese Maske! Andererseits verstören, aber andererseits webe ich die dafür! Kurzdistanz... Was für ein Teufel! Also, ich krieg hier nur wieder mal zielgenau eins! Und ich hab mir mal gedacht, vielleicht ist es ein Multiplikator! Aber... Da könnte ich mich auch! Und deswegen... Ja! Manchmal ist es sowas Simples, dass man sich danach selber einen Facepalm verpassen könnte! Wenn man rausfindet, was es eigentlich war! Spawn diese Van hier allgemein? Wenn ja... Nice! Wenn nicht, leck mich! Das kann ich niemals akzeptieren! Uh, da drüben! Haben schon... Ah, da! Oh, und jetzt nochmal was gefunden! Very good! Und soviel ich weiß, bin ich jetzt noch nicht gestorben, außer ich hab kurz ein Blackout gehabt, was auch mal vorkommen kann! Deswegen... Ja, ohne deutlich! Ah! Gute Arbeit! Dafür... Kenne ich manchmal durchtrainen! Upsi! Wie gerne würde ich jetzt ein Fahrzeug tune? Aber wie gesagt! 850.000 erreichen! Ist jetzt eigentlich meine ö... Höchste Priorität! Und echt meine öberste Priorität! Heilige Scheiße! Lalalalalalalala! Was hab ich überhaupt dann? Oh wow! Das! Also... Den Space Sender muss ich eins lassen! Und zwar... Das versetzt mich manchmal echt in... Dieses GTA Vice City Feeling! Wenn ihr wisst, was ich meine! Also die Musik zumindest! Ach, das war die Scheiße! Jetzt erstmal... Oh! Gabriel! Das einzige Lied, was ich mit meinen Trudern höre! Wo ich die ganze Zeit hören kann! Gabriel! Scheiße! Ich sollte echt mal gucken! Was zum Teufel ich gerade eben tue! Warte mal! Ich hab ein Fahrzeug verkauft! Dann ein Fahrzeug für Semen abgeliefert! Scheiße! Ich hab jetzt nicht wirklich mehr Möglichkeiten, ne? Außer ich ruf mal Geralt an! Weil der ja solche Jobs hat! Hier ja viel bezahlt werden! Das war jetzt nicht Deutsch, aber ist mir egal! Lalalalalala! Hey, was kann ich für dich tun? Kein Problem! Ich hab etwas! Ich versuche es zurück! Oh ja! Vielleicht meine ich es ja bloß! Aber die Bench in GTA 4 hat ein bisschen länger gebraucht zum Starten als ihr! Probleme am Pier! Ach das! Ist das nicht wirklich eine Mission, wo man viel kriegt? Aber... Naja, ich hab nicht wirklich eine Auswahl! Außer ihr wollt natürlich sehen, wie ich stundenlange Gangangriffe mache oder Läden überfallene! Dadurch, dass ich mir schon fast die Antwort vorstellen kann, werde ich es nicht machen! Und glaub Nummer eins, Leute! Äh, für mich ist es auch nicht grad wirklich immer interessant, aber... Leider gibt es nicht immer direkt viele Möglichkeiten, außer die ganze Zeit Missionen zu machen! Aber ui doi! Jede zwei Sekunden den Free Room zu verlassen und dann in eine Missionswald reinzukommen, ist auch nicht immer grad ein feuchter Traum von mir! Ah! Ich hätte vielleicht nicht die Orakel meiner Garage verkaufen sollen! Oder jetzt vermisse ich es eigentlich! Aber Leute, ihr müsst wissen, es stand so im Weg und... Da hat man die Fahrzeuge nicht mehr dahinter sehen können und... Das fand ich voll nicht cool! Yo! Hahaha! Okay, bevor ich jetzt die ganze Zeit oben hinstarre, wie hell es ist, guck ich mal lieber auf die Straße, wie man es eigentlich am besten machen sollte! Lalalalalala! Ah! Scheiße! Ich hätte schon fast eigentlich den Beißen nehmen sollen! Weil da hat man wenigstens ne richtige Deckung! Hier kann man ganz leicht abgeknallt werden! Vor allem wenn die Gegner leicht erhöht stehen! Yep! Das war ne Mauer! Und das war nochmal ne Mauer! Ist es nicht genial, Leute, wenn manchmal einfach bestimmte Skills komplett aussetzen, ne? Hehehehe! Ich liebe es einfach nur! Lalalalalala! Ja! Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder um ein Fahrzeug als Deckung zu nehmen, oder... Hier in Deckung gehen, oder einfach komplett reinrennen, wie ich schon mal gemacht habe! Und ja, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten! Aber es ist mir egal! Lalalalalala! 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 Jetzt reden wir! Okay, jetzt nicht mehr! So cool! Ich kann mich nur zu gut daran erinnern, wie ich die Mission mit einer Pistole gemacht habe! Die war leicht schwierig! Und wie ich gehört habe, und ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, ob das wirklich stimmt... ...dass diese Balke-Motorräder hier ziemlich viel wert sind! Deswegen bin ich eigentlich teils geneigt, etwas mitzunehmen, aber dann wiederum nicht! Aber es liegt so perfekt da drüben! Ich meine, probieren geht übers Denken! Zumindest bei mir, aber... Ach, das weiß ich! Ich nehme es einfach jetzt! Soll ich zu viel Scheiße bauen, Leute? Dann wundert euch nicht, wenn ich es kurz überspringe! So da! Eastloss.fm! Oh Lordy! Aber ihr schaltet diesmal um! Upp! 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 Im Ernst jetzt! Das Motorrad ist eine Mission... Was? Ähm... Okay, cool! Anscheinend habe ich gerade eben versucht Missionstier einzuspeichern, oder ich habe falsch gelesen! Je nachdem! Aber trotzdem, es pisst mich an! Weil diese Biker-Motorräder könnten ein bisschen wertvoll sein, aber natürlich nicht! Uh, Phoenix! Ich habe dieses Fahrzeug schon eingespeichert und will irgendwie noch eins einspeichern! Manchmal habe ich echt nette Fetische! Ja! Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Fahrzeug überhaupt existiert, aber wie gesagt... Spiegel! Diesen Cover Collate von GTA 4, den wollte ich eigentlich mal für eine Zeit lang einspeichern, weil man hat schon ziemlich gute Tuningsmöglichkeiten mit dem! Das Problem nur, ich mag die neuere Version deutlich mehr und das weitere Problem ist... Ich will mich eigentlich weit, weit weg von SUVs und Pickups halten! Ich habe schon einen und... Ja... Außer, wie gesagt, man spielt Missionen, wo man viel schießen muss! Dann ist es schon angebracht, oder... Ich weiß nicht, eine andere Situation fällt mir grad nicht wirklich ein, aber trotzdem... Ich habe eh vergessen, was ich sagen wollte! Jetzt stehe deinen Kopf über mich, hörst du? Okay, Sir! Kein Problem! Wirklich, ich hatte grad noch seinen Kopf geschüttelt! Ja, tut mir leid! 750, oder? Hehehehe Ich weiß jetzt leider nicht mal, was für ein Stoff das war, weil ich da nicht drauf achte... Aber... Ich bin mir sicher, wenn's Meff, Koks oder was auch immer ist, ist dieser Beutel locker das Zehnfache oder mindestens das Zwanzigfache wert! Komm schon, wie geizig sind die manchmal! Allein, wenn ich schon dran denke! Simeon! Und die Stinger GT und Rolls Royce! 2.000 Dollar kriegt man da mal! Wow! Genau, DC Cover Collate meine ich! Hey! Hehehehe Upsi! Wow! Jetzt ist das sehr gut! Am besten wäre es gewesen, wenn ich am Sitz hängen geblieben wäre und gestorben wäre, aber... Naja, man kann ja leider nicht alles haben! So, ich hab jetzt 19.797... Was hab ich aber grad bekommen? San Andreaso! Nein! Du kannst mich mal kreuzweisen! So! Was hab ich denn hier? Hey man, das war saubere Arbeit! Ich meld mich demnächst mal wieder! Ja, Gerald! War auch ne saubere Arbeit von dir, dass du mich so über den Tisch gezogen hast! Tut mir leid, wenn ich mich darüber so aufreg, aber... Nein! Nein, Leute! Also... Das kann man schon echt nicht mehr gut heißen, ne? Maraider Pegasus... Run... Ich glaub ich werd mal Martin anrufen und gucken, was er so hat! Ich mein, selbst wenn es die Mission ist mit nem Anwalt... Das ist mir egal! Kriegt man viel und muss nicht direkt viel machen! Komm schon, komm schon, komm schon! Jetzt, äh... Ah, tot von da oben! Ein alter Geschäftspartner von mir hat beschlossen gegen mich auszusagen... Oh meine Güte! Bei dieser Mission im Ernst, da bin ich ausgetickt! Weil die Polizei da auch noch ein großer Faktor ist! Weil man muss bei der Villa quasi einbrechen, die ganzen Bodyguards erstmal loswerden... Und in der Zwischenzeit wird man nicht hinten, ne? Puh! Und Polizisten, ne? Sanft durchgenommen, deswegen... Obwohl, weißt du was? Ich mach's einfach! Ich guck einfach, dass ich bisschen mit Haft... Obwohl, nein, das wird teuer, wenn ich das mach... Äh... Scharfschützengewehr, ab bisschen Geschrotfel, ne? Nope! Das Problem ist, ich würde sogar fast Meriwether anrufen, aber das lohnt sich dann nicht wirklich! Weil bei der Mission kriegt man nicht, ja, allzu viel! Und man würde quasi drei Viertels an, äh, Meriwether geben! Und glaubt mir eins, Leute! Mit meinem Geiz! Nein! Das ist überhaupt nicht... Von nöten! So! Jetzt muss ich trotzdem mal kurz nachgucken! Und zwar, dass ich meinen Mechaniker anrufen kann! Ich brauch unbedingt den Pickup! Nicht fürs Abhauen, vor allem Dinge! Wirklich, ich kann echt die Banshee... Ach, leck mich doch! Ähm... Weißen! Nein! Zu nah! Okay, okay, okay! Nein! Nein! Okay, jetzt nochmal rüber! Okay, ich mein, ich find schon mal gut, dass die Karte nicht dann einfach zerstört wird, aber... Was sich ein bisschen scheiße findet, dass man, äh... Jetzt wie bei der Garage wegfahren muss! Um halt eben ein anderes Fahrzeug anzufordern! So, Kamenscheine! Und... Beißen! Ja, sehr gut! Ach, die Vigero! Ist eigentlich schon ein schönes Fahrzeug, nur... Ich hab das Problem wie bei diesem SUV! Ich weiß nicht! Äh... Als was ich sie einspeichern soll quasi, weil... Es gibt nur zwei Plätze und die... Ja... Sind für andere offen! Und sowieso ist das meistens so ne Hassliebe, weil... Teils benutze ich sie, dann wiederum nicht! Und im Endeffekt... Stehen drei Viertels diese Fahrzeuge eh nur rum und... ...bringen eigentlich dann gar nichts! Also ist es fast ne Geldverschwendung! Okay... Wie kann ich am besten diese Mission machen, ohne die Nerven zu verlieren... ...und zu sterben? Meine Möglichkeiten sind nicht gerade eben wirklich großartig, aber... Eins, was ich mal gleich gucken werde... ...ist, dass diese SUV am Eingang verschwendet! Ja, der kann auch so ein ganz kleiner Lebensverstörer sein! Ach, und bevor ich es vergesse, gibt's auch ne Stinger! Soviel ich weiß, kann man die auch nicht einspeichern, ne? Dann hätte man sich einfach mal 850.000 speichern oder... Naja, eher... Äh... ...einfach sparen können, meine Güte, nicht speichern! Hahahaha! Herr Watz, da schneit es dich! Der fliegt ne Granate auf, Feen! Und er guckt trotzdem beide rum! Also Respekt! Respekt! Was zum Teufel! So... Oh, hey! Oh, das hier ist erstmal die Stinger GT, aber das ist doch erstmal egal! Hm! Was zielst du die ganze Zeit im Spiel? Warte mal, warte mal! Ich dachte für einen Moment, er hat sich selber erledigt! Das wäre auch praktisch gewesen! Das tut mir echt leid, aber ich sehe nicht, auf was ich schieße und... ...durch, dass das Spiel auf irgendwas zielt, bin ich so lieb und... ...frag's mal nicht! Oder... ...zielt erst gar nicht auf irgendwas! Lalalalalalalala... Ich weiß echt... Ich hatte noch bisschen mehr Leben gehabt! Ach, egal! Okay, jetzt habe ich nur ein Leben! Und das soll die am besten nicht verschwenden! Komm schon! Beruhigt euch mal! Einfach weg von hier! Ja, die Polizei soll jetzt erstmal von hier verschwenden! Das Problem ist auch, es sporn ich wirklich Helikopter, die ich nehmen könnte! Deswegen, ja... Kann ich das jetzt auch erstmal vergessen, ne? Zumindest, als ich es bei... ...einer Last-O-Mission probiert habe, ging es überhaupt nicht, irgendwas zu finden, ne? Ähm, die sind relativ schnell verschwunden, also Respekt! Da, 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 da! Ey, Karamba! Oh Gott! Komm schon, hake dich nicht ein, ich will nur raus! Ja, 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 sehr gut! Insofern ich jetzt nicht nochmal von hinten belästigt werde von der Polizei... ...sollte das jetzt auch erstmal nicht zu einem Problem werden, ne? Und warum kümmere ich mich überhaupt um die Gegner da? Sollte die eher hier loswerden? Oh Gott! Mein Körper wehrt sich gegen diese Mission, aber... ...ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch Lust darauf, die zu machen! Ah! Also, ihr Bodyguards, ihr seid echt gut! Ah! Ah! Perfekt! Er ist auch nur hier gestorben! Jetzt erst mal ein nettes Bild von ihm machen... Sehr gut! Jetzt erst mal weg, 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 weg! Wie komme ich jetzt nur hier lebend wieder raus? Das ist die einzige Frage, die ich habe! Wildly... Oh! 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 Oh nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Irgend so ein Bauer auf dem Dach oder auf dem Balkon hat mich gerade eben niedergestreckt! Glückwunsch! Aber hey, wenigstens habe ich 200 Dollar bekommen! Ja, warum sollte mir man noch irgendwas bezahlen? Weil im Endeffekt ist er bloß hot und... Okay, ich habe es ihm, glaube ich, nicht geschickt, aber trotzdem! Man kann es ja annehmen! Okay, hinzugefügt, Leute! Ja, ich weiß, ich habe mich gerade eben selber mit meinem Beißen geknallt! Und ja, ich weiß, ich hätte eigentlich hinkommen können, wenn mein Beißen nicht im Weg gewesen wäre! Aber... Komm schon, das ist schon billig! Okay, das wird jetzt auch erstmal mein letzter Versuch sein, weil... Munitionsverschwendungen habe ich wirklich bessere Orte dafür, wie zum Beispiel die Militärbasis! Obwohl, da kriegt man ja wenigstens nur was und zwar einen Chat! Komm schon, Waffe auswählen! Einsteigen! Sehr gut! Jetzt erstmal das hier anmachen! Und die Tür abfahren! Ja, soviel zum Thema! Zum Glück habe ich jetzt keinen Stern dafür bekommen! Aber es ist jetzt schon aufgegangen! Bum! Okay! Sehr gut! Ist immer wieder gut, wenn ich mein Fahrzeug schon davor zerstöre! Ich brauche irgendwas anderes! Nein, nicht besser! Oh Gott! Ah, scheiß drauf! Jetzt werde ich mal mein Fahrzeug anders parken, ja! In hoffnung, dass ich jetzt nicht in der Zwischenzeit abgeknallt werde! So! I'm friendly! Not anymore! Das ist ein Scheiß, was ich mache! Hehehe! Wenn du drauf stehst! Scheiße! Warte mal was! Oh fuck! Also entweder habe ich's leer geschossen oder irgendwas anderes ist mit der Waffe passiert! Jetzt weiß ich nicht, wenn ich schon mal hinten belebt liegt! Und von vorne! Okay! Ähm! Das kann wirklich lustig sein werden! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Fuck off! Ach, das waren wahrscheinlich diese Bauer auf dem Dach! Und jetzt habe ich schon wieder Bauer gesagt! Meine Güte! Die fordern uns aber auch richtig heraus! Komm schon, komm schon, komm schon! Ich könnte vielleicht diesen... Obwohl nein, kann ich eigentlich nicht meiden! Komm nur her! Oh! Ich werde jetzt nicht wissen, wie oft ich schon diesen Typen gekillt habe! Da drüben ist jemand! Okay, jetzt habe ich dich gesehen! Ist mir jetzt egal, ob ich jetzt Munitions-Spam betreibe, so heiße ich verschwende! Aber mir ist gerade wichtiger, dass ich die Mission bestehe! Scheiße, das sind schon Polizisten! Fuck! Oh, hallo! Okay, diese Part kann jetzt lustig werden, weil dieses Telefon ein halbes Jahr braucht, um zu erscheinen! Und auch mal ein halbes Jahr, um ein Foto zu schießen! Ja! Sehr gut, Spiel! Das ist ein Feind! Jetzt! Lenk mich darin! Oh Gott! Ja, schön zu sehen, dass ich jetzt Polizei gemessen vom Feinsten betreibe! Aber das will ich auch nicht machen! So, reicht das jetzt, Matratz... Ich meine, Matrasso... Scheiße! Lalalalalalalala! Okay, irgendjemand steht da und den will ich jetzt schon loswerden! Ja! 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 Da steht kaum jemand! Ja! 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 Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja! 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 Nein! Nein! Und warum kommt da jetzt Verdammter Helikopter Okay, Garage, 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 Garage Und zwar, ich meine damit eigentlich Eine normale Parkgarage Okay Ich fahr mal lieber hier links Scheiße, eigentlich auch nicht Ach, wisst du was, solange hier kann die Streifen rumfahren Ist mir eigentlich egal Was hier so schnell zum Weg ist Wupsi Wupsalab Bei dem Weiß muss man gleich wirklich aufpassen Weil in Kurven neigt sich dieses Fahrzeug manchmal Naja, zum Überschlagen Zum Weg habe ich es jetzt noch nicht geschafft Aber es ist auch mal ein Fall Dass ich zu schnell in die Kurve reingefahren bin Und das Fahrzeug ist auf einmal auf zwei Rädern gefahren Und auch ein bisschen weiter Nach der jeweiligen Richtung Und ich wäre umgekickt worden Ja, gute Formulierung Aber ich bin jetzt erst mal glücklich darüber Dass ich die Mission geschafft habe Da kann man jetzt auch erst mal perfekt sehen Warum die Mission eigentlich für Für Spiele eigentlich noch Eher gedacht ist Aber eine Mission, die ich richtig mag Von Madraso Ist Dass man irgendjemanden Ich weiß jetzt nicht wer genau das war In einen Titana abschießen muss Während man in den Chat fliegt Das war eine geile Idee Aber diese Idee, die er danach hat Und zwar einfach Ich glaube einen Journalisten Einfach mal umbringen zu wollen Und danach seine Aktentasche haben zu wollen Das ist wirklich genial Diese Musik hätte ich echt früher gebraucht Interessant zu sehen Meine Hand ist warm Aber mein Mittelfinger ist extrem kalt Aber man muss das einfach nur nehmen Logik Wupsala Ist nicht gerade eben vorzuhalten Vor allen Dingen, wenn man gerade eben meint Das ist eingefriert Komm schon Ich habe 20 Grad Aber vielleicht liegt es ja auch daran Wenn ich meine Hand so dagegen presse Oder zumindest in dieser Mission so heftig Ich war kurz davor auszuticken Aber zum Glück habe ich das jetzt erstmal nicht machen müssen Oh ja, zum Glück ist diese Mission vorbei Freut mich Und wenn du mir jetzt weniger als 9000 gibst Ich weiß, dass ich dir nichts antun kann, aber Im Ernst Hu Tausend Äh, was sage ich 2500 Dollar Das ist nicht, weil ich über Anstrengend mit dem Bezahlen 2500 Oh Gott Deswegen mache ich es eigentlich nicht gern Und zwar Missionen Anzufordern Weil die dann ziemlich geizig werden Mit der Bezahlung Und was zum Teufel ist da oben überhaupt gefahren? Ist das aus wie dieser Lampetti? Oh ja Dieses Fahrzeug Bis später Ich weiß nicht, ob das seine Karre war Aber ist mir jetzt eigentlich auch egal Denn diese Karre wurde eingespeichert Hoffentlich geht's Meine Ich Und ане Ich Wir Ich